TikTok zahlt 1000 Euro für eine Million Views. Das ist das neue Creativity-Programm, wir sind da natürlich direkt am Start, das wird einen so krass reich machen und Marc schneidet da schon die ersten Videos dafür. Acht Videos sind geschnitten, ich mach jetzt kurz meine Höhe, und wenn ihr mehr über das Creativity-Programm erfahren wollt, folgt auf Instagram. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, wir arbeiten mittlerweile aus dem Büro. Was geht ab? Ach, Digga. So, Zeit zu arbeiten und um richtig in den Flow zu kommen, diese Kombo. Drei Stunden später, es wurde Essen bestellt. Dabei wird sich eine Folge von Nahim Sky, erkenne den reingezogen. Nahim, wenn du das siehst, lad uns mal zu einer Folge ein, wir haben krank Bock daran teilzunehmen. Und es geht zurück an die Arbeit, wir arbeiten an unserer neuen Webseite, thefuture1%.de, die wird ein krankes Update bekommen, wir arbeiten da mit einem Profi zusammen. Die Arbeit für heute ist verrichtet, wir buchen jetzt nur noch kurz ein Airbnb, für uns geht es nämlich nach München, Hilali, Ali und Lase besuchen, wir nehmen dann einen Podcast auf. Bevor der Vlog endet, brauchen wir nochmal kurz Hilfe von euch. Wir waren noch nie in München, schreibt mal bitte in die Kommentare, was man in München gemacht haben muss, wenn man schon dort ist.